Ja, also wir sind im Studio hier und nehmen jetzt die Songs auf, haben viele Songs schon aufgenommen, haben ungefähr 16, 17 Songs am Wickel. Oh, guten Morgen. Wenn du redest, hören wir dich, aber wenn du spielst, nicht. Oh ja, mittlerweile wollen wir ein Buch. Ja, so würde ich machen, auch mit diesem Stopp, mit diesem Viererstopp, dass der da drin ist. Aber er ist relativ gehackt. Ja, er muss richtig gehackt sein, auf jeden Fall. Ja, kurz und knackig gehackt. Hier ist ein Riesenstudio, das ist das legendäre Prinzipalstudio. Wir sind, glaube ich, die Ältesten schon hier. Wir sind seit 20 Jahren hier und arbeiten mit Jörg und Vince zusammen, was ich auch jederzeit wieder vorziehen würde. Super. Ich finde, ich kann es gut. Sonst hast du nur so die ganze Zeit. So was muss rein. Kannst du mal Druck, aber ... Ja, ist gut. Ja, geil. Also Specki. Da waren eben ein paar Sachen dabei, die waren so geil. Ja, sag ich doch. Aber waren auch Sachen dabei, die waren nicht so geil. Scheißegal. Passt. So, jetzt hat das noch mal in tief drunter, das Ganze. Okay, ich probiere. Oben haben wir ja, glaube ich, den noch jetzt. Da vorne, die erste Zeile war auch nicht so gut. Wir machen gleich nochmal. Geht mal die Pumpschirme mal ein bisschen lauter mit rein. Bloody Mary? Ich muss das mal sehen. Warte mal. Basti? Okay, aber Michael. Kommt, Michael. Bloody Mary ist gesund. Du brauchst ein Wasser zum Singen. Du brauchst eindeutig ein Wasser zum Singen. Du brauchst eindeutig ein Wasser zum Singen. Das, wie hast du die Dings gekauft? Das, ob es geht so. Oh, fein. Das ist ja wie Urlaub, ne? Mhm. Oh, wei, oi, 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 oi. gestern hat er noch nicht stimmt ja der war gut oder war der scheiße sag du mal noch mal